Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Krauzone-Podcast-Format und ja, die einen oder anderen sehen es schon, wir haben ein Studio und da werden wir jetzt auch im Verlauf des Gesprächs drauf eingehen. Ich denke, man sieht es jetzt auch, wer mir gegenüber sitzt. Boris von Morgenstern. Hallo, Boris. Ja, schönen Tag, freut mich. Bin extra von weit her angereist. Spanien, ne? Genau, von Spanien, von der schönen deutschen Insel Mallorca, man sagt ja so, das ist das 17. Bundesland. Und muss ich fort auch feststellen, es wird überraschend viel Deutsch dort gesprochen. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also wenn du von einem Restaurant mit einem deutschen Namen, einem deutschen Kellner auf einer spanischen Insel angesprochen wirst, irgendwie das Urlaubsfeeling so weg. Du hast wahrscheinlich eine halbe Stunde lang im Kopf gehabt, una cerveza, por favor und dann das. Aber sin Alkohol. Sin Alkohol, ja. Ja, schön, dass ich hier sein darf zum Podcast-Format. Genau, ja. Warum machen wir das? Ich denke mal, das berührt ja direkt unsere Arbeit. Als Medienschaffende. Ja. Mein Ursprungsgedanke, den ich schon seit langem mit mir trage, ist halt, die Medienarbeit irgendwie zu professionalisieren. Weil die Medienarbeit der Alternativen ist oft grottenschlecht. Und trotzdem sind alternative Medien irgendwie so groß, wie sie ja sind, mit YouTube-Kanälen teilweise gigantischer Reichweite. Ja. Allerdings geht es ja irgendwie bei Medienarbeit auch immer darum, die Mitte zu erreichen, die Normies auch zu erreichen, abzuholen, die normalen, gemäßig Konservativen. Und das gelingt oft nicht. Und also nicht, dass es jetzt unser Ziel ist, aber wir wollen einfach ein professionelles Angebot auf die Beine stellen. Ja, und dann halt irgendwie regelmäßig über irgendwelche Themen quatschen. Im besten Fall irgendwie auch aktuelle Themen, die die Leute beschäftigen. In Bezug auf die Professionalität, ich habe heute Morgen wieder eine Folge geguckt von Weltwoche Daily. Ich weiß nicht, ob du... Köppel. Genau. Der gute Mann macht ja, ich weiß gar nicht, teilweise zwei oder mehr Videos sogar am Tag. Also die haben einen sehr hohen Output an Videomaterial, auch qualitativ viele Sachen, inhaltlich zumindest gut. Ja, auf jeden Fall. Optisch, visuell ist das wirklich unterdurchschnittlich. Ja. Also auch sein eigenes Format, wo er da, ich weiß nicht, an seinem Schreibtisch sitzt, ist von der Qualität her einfach wirklich nicht gut. Und wenn man sich dann den Schnitt anschaut, auch Beispiel von dem Tim Kellner, da sieht man einfach, dass da nicht besonders viel Aufwand reingesteckt wird, wie das optisch irgendwie ansprechend rüberkommen kann. Und das ist schade, weil ich glaube, dass das auch nochmal mit dazu beiträgt, dass man deutlich ernster genommen wird. Weil, wenn wir mit Öffentlich-Rechtlichen konkurrieren wollen, mit Funk und Co., die haben halt dort Leute sitzen, die machen diese Berufe seit Jahren. Wir sind da ja alle so reingerutscht, mehr oder weniger, weil wir ja der Meinung sind, dass... Über den siebten Bildungsweg... Sollte sich etwas ändern. Und dementsprechend sieht das halt auch aus. Aber ich glaube, wir müssen den nächsten Schritt gehen und wegkommen von, wir nehmen im Kinderzimmer mit dem Handy auf, hin zu, wir investieren unser eigenes Geld. Das ist ja, von außen ist das leider ein bisschen schwierig, da gibt es Leute, die sind der Meinung, das muss man nicht finanziell unterstützen, deswegen gehen wir alle an unsere Sparbücher. Ja, das ist das Stichwort, liebe Zuhörer und Zuschauer. Das war natürlich nicht so teuer, wie wir gedacht haben, sagen wir es so. Also für Studien, Studios kann man sehr viel Geld ausgeben. Aber wir haben das wirklich alles selber gemacht. Also das ist alles hier Selfmade-Arbeit und auch designtechnisch und so weiter, da ist eine Menge Gehirnschmalz reingeflossen, wahrscheinlich mehr als Arbeitszeit hier. Ja, und bei unseren Stundensätzen von 100 Euro die Stunde, dann sind wir eigentlich bei eine Million Euro in den Miesen. Ungefähr, ja. Aber so läuft es natürlich nicht bei den alternativen Medien, sondern... Also wer Interesse hat, das irgendwie zu unterstützen, kann gerne was spenden. Und wir wollen ja auch irgendwie eine regelmäßige Frequentierung aufbauen, dass wir einen regelmäßigen Output haben. Täglich. Mal schauen. Aber da wird es halt einfach wichtig sein, dass die Leute das unterstützen und halt wissen, da steckt irgendwie was dahinter und das muss man halt finanzieren. Wir haben keine GEZ. Nein. Um ja den Bogen zu schlagen, du hast es eben angesprochen, wir konkurrieren ja mit öffentlich-rechtlichen Medien hauptsächlich. Muss man ja sagen hauptsächlich, also die privaten ist halt irgendwie Weltspiegel, RTL und so weiter, klar. Ja, aber sagen wir beispielsweise auf YouTube mit Funk, dem Format von den Öffentlich-Rechtlichen, das ist halt gigantisch. Und was ja auch noch dazu kommt, die haben zugesagt, die Finanzierung für Funk massiv anzuheben. Also das heißt, auch da ist ja die Konkurrenz und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der gute Alexander Prinz oder besser bekannt oder der dunkle Parabelritter ist ja jetzt auch dem Funk-Netzwerk beigetreten. Ach, tatsächlich. Ja, richtig. Er hat sich einkaufen lassen. Ich weiß noch, dass er vor längerem irgendwie darüber mal gesprochen hat, da ist wohl jemand auf ihn zugekommen und da hat er das abgelehnt. Genauso wie eine Alicia Jo, die war bei einem Podcastgespräch in Köln bei jemandem und auch ihr hat man das angeboten. Allerdings sei wohl das finanzielle Angebot für sie auch nicht lukrativ genug gewesen, als dass das jetzt wirklich eine ernsthafte Überlegung wert gewesen wäre. Aber ich glaube, mit den aufkommenden Wahlen in Ostdeutschland und der zugesicherten zusätzlichen Finanzierung bin ich mir sicher, dass man da dem Herrn Prinz ein sehr attraktives Angebot gemacht hat, dass der gute Mann darauf eingegangen ist. Wie groß war er auf YouTube oder ist er auf YouTube? Weißt du das? Also sein Hauptkanal hat, glaube ich, mittlerweile roundabout eine halbe Million und ich glaube, da sind irgendwie, der hat, glaube ich, noch ein oder zwei andere Kanäle, die er auch noch bespielt. Also insgesamt schon ist er recht aktiv und ich glaube, kann man auch durchaus sagen, erfolgreich mit dem, was er macht, was halt immer wieder auffällt, da ich mich ja jetzt auch inhaltlich mit, also ich mache eine journalistische Ausbildung derzeit und auch mir, also da sind viele, viele Dinge dabei, die für mich absolut neu sind, die ich definitiv auch in meiner zukünftigen und auch aktuellen Arbeit mit umsetze. Wenn du dann aber einmal so einen, ich sage mal, einen vorsichtig professionellen Blick auf andere Beiträge hast von Leuten, die sich selber im Journalismus verorten, wie er zum Beispiel, da fallen halt unglaublich viele handwerkliche Fehler auf. Bezüglich des Inhalts jetzt. Genau, genau, was er halt, was er dort macht. Ein Beispiel, da hat er vor kurzem was über diesen Podcast von Hoss und Hopf gemacht und ich glaube, viele, die auch so in unserem alternativen Medienbereich unterwegs sind, für die beschränkt sich Journalismus auf, ich recherchiere ein Thema intensiv. Und teile das dann in meiner eigenen Meinung mit. Und dann hört für die halt irgendwie Journalismus auf. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr, was dahinter steckt, was ich mir jetzt übrigens angeeignet habe. Damit man, glaube ich, ein Stück weit voraus bin. Aber es ist interessant, das auch aus dieser Perspektive zu sehen. Aber ja, Funk macht es natürlich gut. Die bauen nicht von Null auf Leute auf, sondern die kaufen halt ein. Und diese finanzielle Unabhängigkeit, diesen Vorsprung haben wir halt nicht. Wir müssen uns selber refinanzieren und du wirst das wahrscheinlich besser wissen als jeder andere. So einfach ist das nicht. Nee, so einfach ist es nicht. Gewissermaßen sind wir ja jetzt gesponsort von unserem Printmagazin, weil da kommt natürlich Geld rein, weil Leute zahlen. Wir haben wachsende Abozahlen und da von dem Topf haben wir das Geld sozusagen genommen. Parabelritter, ganz witzig, dass du es sagst, weil ich bin ja eigentlich gar nicht auf YouTube unterwegs. Ja, oder generell. Gezwungenermaßen. Aber mein Kollege von mir hat mich dann auch gefragt, der politisch jetzt nicht so interessiert ist, was hat das denn damit auf sich? Und da ging es halt um einen Beitrag zur AfD vom Parabelritter. Und das war dann so eine Liste, was die AfD alles umsetzen will. Und das ist ja jetzt in den letzten Monaten sehr virulent gewesen. Auch dieses Argument, was von irgendeinem beknackten Studie kam, dass ja AfD-Wähler gegen sich selbst wählen, wenn sie die AfD wählen, weil es sind ja diese Abgehängten, es ist eher die Unterschiede und so weiter. Deutsche Institut für Wirtschaft, die haben da glaube ich so eine Studie. Genau, mit Fratscher dann wahrscheinlich wieder, unser Freund. Und das dann halt dann rauskommt, ja, aber wenn dann die AfD an die Macht kommt, dann sind das ja die Hauptopfer von der AfD-Politik. Und maximal verkürzt und halt eben manipulativ dargestellt. Und so war es eben auch vom Parabelritter. Der hat dann sehr viele Sachen aus dem Kontext gerissen. Was war das denn? Irgendwie Bestrafen von kinderlosen Familien oder sowas. So wurde das dann halt dargestellt. Und dabei ging es ja eigentlich darum, dass halt Leute mit Kindern das in der Rente angerechnet kriegen, weil sie ja in der Zeit nicht arbeiten oder weniger arbeiten, aber ja gleichzeitig die nächste Generation heranzieht, die dann die Rente der Zukunft bezahlt. Deswegen ist das ja ein berechtigtes Anliegen, sowas anzurechnen, aber verkürzt dargestellt, ja. Kinderlose Bestrafung. Also die einen, die einen fördern. Genau, so in der Richtung waren halt viele Sachen. Und wenn man das halt nicht wirklich kennt, ich muss dann auch bei vielen Dingen recherchieren, also wie hat er das dargestellt und wie ist das eigentlich wirklich, dann muss man ins Parteiprogramm schauen. Und dann kann man aber tatsächlich sehr, oder konnte sehr, sehr viel von diesen Sachen entkräften. Und das ist halt eine Reichweite, die ist gigantisch. Und viele junge Leute gucken das, das ist ein attraktives Format und dann denken sie ja, die AfD ist wieder voll blöd und unsozial. Das gleiche bei dem TJ Tim Jacken, auch der hat ja ein fast einstündiges Video mit über 300 Quellen rausgebracht, auch gegen die AfD. Nennt das ganze Video Zerstörung der AfD. Wird auch mal wieder eingeblendet, ganz am Anfang erwähnt er. Es würde ihm ja nicht darum gehen, irgendwie die Partei oder die AfD zerstören zu wollen. Und der Pläne der AfD, die fast 1 zu 1 der Machenschaften von Hitler und dem Dritten Reich gleichen. Dazu, auch wenn es maybe manchen so rüberkommt, ich will hier in diesem Video die AfD nicht zerstören. Darum geht es hier nicht. Mit dem Titel und Sampleil und immer wieder diese Einblendung dazu. Aber er macht das genauso. Er spricht zum Beispiel, weiß ich nicht, das Rentenkonzept der AfD an. Dann aber eben auch, sagt er, dass die AfD auch gezielt gegen Single oder dagegen gegen Alleinerziehende vorgehen möchte. Wenn das, was er zitiert, steht da inhaltlich geschrieben, man möchte keine Formate mehr fördern, vor allem öffentlich-rechtlich zum Beispiel, die propagieren, dass das ein erstrebenswertes Familienkonzept ist. Und dafür möchte man keine Gelder mehr zur Verfügung stellen für solche Programme. Und daraus macht er, die AfD geht aktiv gegen Alleinerziehende vor. Zeigt dann, wie viel Alleinerziehende es in Deutschland gibt und sagt, gegen diese Gruppe macht die AfD Politik. Aber auch Alleinerziehende werden richtig rangenommen. Gerade hieß es ja noch, wir wollen geringverdienenden Familien helfen. Oder auch die AfD möchte Alleinerziehenden helfen. Das Ding ist, danach kommt aber ein sehr großes Jedoch. Die AfD möchte Alleinerziehenden helfen. Sie ist jedoch gegen jede finanzielle Unterstützung von Organisationen, die eine Einelternfamilie als normalen, fortschriftlichen oder sogar erstrebenswerten Lebensentwurf propagieren. Für die 23,2% der Alleinerziehenden, die es in Deutschland gibt, ja, wir wollen dir ja helfen. Aber wenn dir eine Organisation finanzielle Unterstützung anbietet, ja, dann unterstützen wir diese Zukunft dich nicht mehr. Weil Alleinerziehend zu sein ist nichts Normales. Du und dein Kind seid nicht normal. Also diese Programme fördern zu wollen, die so ein destruktives Familienbild fördern, nämlich Alleinerziehende. Und man weiß aus allen, also alle Studienlagen dazu sind eindeutig, dass Alleinerziehende oder Kinder von Alleinerziehenden vor deutlich größeren Herausforderungen stehen in ihrem Leben. Gerade wenn sie eben im heranwachsenden Alter sind, als Kinder von Familien, wo halt eben beide Elternteile da sind. Und das nicht fördern zu wollen, ist für mich also absolut logisch und nachvollziehbar. Was ja aber dann nicht im Umkehrschluss bedeutet, ich agiere gezielt gegen die Leute. Weil es gibt ja auch viele Beispiele von Leuten, die sind alleinerziehend und es gibt auch 1000 plausible Gründe dafür. Aber es ist so vereinfacht dann darzustellen. Und mittlerweile sind ja gerade auch solche YouTuber Rezo und Co. sind ja für viele wirkliche Idole und Vorbilder. Und wenn die sich politisch äußern, dann verlässt man sich da drauf. Und wenn das dann noch mit hunderten Quellen belegt wird, ja dann hat man ja auch keinen Grund. Da steht die Wissenschaft sogar dahinter. Genau. Und wir sind dann halt diejenigen, die halt nachgucken, was da drin steht und im Prinzip widerlegen die sich mit ihren Quellen selbst. Aber es macht sich halt kaum einer die Mühe, sich das anzugucken. Und wir machen das ja mehr oder weniger ehrenamtlich in unserer Freizeit, weil wir werden dafür ja nun mal von niemandem mit einem monatlichen Festeinkommen bezahlt. Was zu Funk noch ein interessanter Aspekt ist, den habe ich auch die letzten Monate so verfolgt. Es haben ja viele aufgehört bei Funk. Hast du das auch mitbekommen? Die aus dem Netzwerk ausgestiegen sind. Leeroy zum Beispiel. Leeroy, ja. Es waren noch ein paar größere. Mir fallen die Namen alle nie ein. Was ganz interessant ist und die durften ihre Kanäle behalten. Ja. Sehr spannendes Thema, was soweit ich weiß politisch auch noch nie ernsthaft aufgegriffen wurde. Weil man kann ja mit guter Argumentation sagen, dieser Kanal wurde von Geldern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also von uns, aufgebaut. Ja. Der hat Geld gekriegt, dann kann man sagen, okay, wenn es so ist, dann ist es so. Aber in dem Moment, wo er aus dem Netzwerk ausscheidet, dann ist ja der Kanal eigentlich Eigentum der Allgemeinheit oder wie auch immer man das sehen will. Von uns zum Beispiel. Genau. Nur er steigt bei Funk aus. Und das ist ein sehr gutes Argument, weil ich kenne diese Herausforderung, ich kontaktiere unzählige Leute für irgendwelche Interviewgesprächsanfragen und denen in allermeisten Fällen erhalte ich nicht mal eine Antwort von denen. Und wenn du jetzt aber als Leroy, der ja, ich weiß nicht wie viele Jahre jetzt bei Funk gewesen ist, und wenn die ja Leute anfragen, steht da ja nicht hier Leroy YouTube-Kanal, sondern dahinter steht SWR. So, und wenn ich dann vom SWR, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk kontaktiert werde für ein Interviewgespräch, genau, dann denke ich halt, oh, das ist eine seriöse Anfrage, also gehe ich darauf ein. Und der hat sich damit natürlich auch einen Ruf erarbeitet, einen auch durchaus professionellen Ruf, zumindest in der Umsetzung. Ich rede jetzt noch nicht vom Inhalt, wenn er sich mit Leuten hingesetzt hat, die irgendwie privat gerne viel Spaß mit Tieren haben. Aber das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also in ihn und sein Format ist halt da. Und all dieses Investment, was ja durch öffentlich-rechtliche Gelder da reingeflossen ist, nutzt er jetzt natürlich, um dann, oder hätte er nutzen können. Jetzt ist er wegen dem Shitstorm, hat er erstmal aufgehört. Aber nutzt er dann, um damit beruflich wirklich eine Menge Geld zu verdienen. Und das ist ein Punkt, also da werde ich mich definitiv mal schlau machen darüber und zur Not irgendwo mal einen Beschwerdebrief hinschreiben. Aber ich bin auch der, ich bin auch, vielleicht kann ich mir dazu Tipps vom Anzeigenhauptmeister holen. Auf jeden Fall werde ich mir dafür eine gelbe Weste anziehen und ein paar Fotos machen. Aber das ist halt ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist zu erwähnen. Das Gleiche gilt ja auch für eine MyLab. Ich meine, jetzt arbeitet sie ja trotzdem noch für die öffentlich-rechtlichen. Aber zumindest dieser, ihr YouTube-Kanal ist da ja rausgenommen. Und den bespielt sie ja jetzt zeitweise trotzdem weiter. Aber das wäre interessant, wie damit umzugehen ist. Weil ich bin mir sicher, es gibt keine Regelung dafür. Da hat sich keiner Gedanken zu gemacht. Das gab es ja noch nie. Das ist ja Neuland, das wir betreten. Vor allem auch ganz spannend, worauf das ja fußt, ist ja wieder gewissermaßen diese unfassbare Intransparente des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die ja auch dann immer rauskommt, wenn es um Gehälter geht, wenn es um irgendwelche Gagen geht. Also ab und zu hat man dann Leaks, die halt durchgestochen werden. Dann heißt es ja, Böhmermanns Produktionsfirma hat wieder x Milliarden Euro verdient sozusagen. Von den Großen weiß man das dann. Ein paar Zahlen kennt man auch mit diesen Pensionsrückstellungen, mit Altersvorsorge oder so. Oder wie das Geld aufgeteilt wird. Aber trotzdem ist das ja eine gigantische Blackbox, wo dann immer mal so Sachen rauskommen. Wie auch dann bei Schwesig war das, die dann halt auch ihren Hut genommen hatte. Schwesig, Schlesinger glaube ich. Schlesinger, genau. Manuela Schwesig. Patrizia Schlesinger, ja. Wer ist Schwesig? Schwesig, die war Ministerin und ich glaube, die müsste aktuell Ministerpräsidentin von irgendwo in Norddeutschland. Ich glaube, Meg Pommer oder Schleswig-Holstein oder irgendwie sowas sein. Ja, ja. Attraktive junge SPD-Politikerin, blond. Deswegen ist das wahrscheinlich im Geld. Ich muss dazu sagen, für die Zuhörer, bei uns ist immer so ein Running Gag, ich lebe unterm Stein. Ja, ja, ja. Und du kriegst mit, was in der Welt passiert. Genau. Ja, und diese Transparenzsachen sind halt immer total krass. Und ich glaube halt, wenn man die Verträge mal irgendwie freiklagen könnte zwischen YouTube und Funk, also dem YouTuber und Funk selbst, dann könnte man auch irgendwie mal öffentlich machen, okay, wie ist das verhandelt und gibt es da eine Klausel, eine Austrittsklausel, muss es ja eigentlich geben in den Verträgen. Und dann könnte man da halt irgendwie auch rangehen, ja. Ich glaube, dass vieles auch aus einer Naivität rausgeschlossen wird, weil gerade, wie du auch gesagt hast, okay, Neuland und auch, dass ja die Öffentlich-Rechtlichen so massiv ins Internet und in die sozialen Medien vordringen, auch das ist ja ein relativ neues und ein relativ junges Phänomen verglichen damit, wie alt der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst ist. Und es wird ja immer wieder einfach auf den Datenschutz, auf die privat geschlossenen Verträge verwiesen, dass man dort dann eben ganz viele Sachen nicht öffentlich macht und man eben keine Vorstellung darüber hat, um welche Summen es sich handelt, wenn man nur weiß, Funk hat im Jahr irgendwie 50 Millionen plus minus zur Verfügung, was jetzt mehr werden soll, aber auch dazu gibt es, glaube ich, noch keine validen Zahlen, dann sind das Summen, wo ich glaube, dass der Beitragszahler ein Stück weit ein Recht drauf hat zu erfahren, was halt mit seinem Geld dort passiert. Ja, das ist eine krasse Entwicklung. Ich meine, einer der ersten war ja auch MrWissen2Go, ne? Der zu Funk gegangen ist, glaube ich. Der zu Funk gegangen ist. Und das ist ja einer der größten YouTube-Kanäle überhaupt in Deutschland. Wir haben es hier auch mal aufgeschlüsselt in der Ausgabe. Können mal reingehen, das ist ganz interessant. Ja. Da hat nämlich einer, Klammer auf, ich, Klammer zu, stundenlang diese dummen Kanäle zusammengetragen auf Seite, keine Seitenzahl, klasse. Und unten in der Mitte findet sich die Seitenzahl. Seite 25. 25. Da ist es schon. Mhm. Genau, und dann eben die alternativen Medien und halt die öffentlich-rechtlichen mal gegenübergestellt. Ja. Und das ist halt krass, weil gewissermaßen sind wir halt in der Blase. Das ist die 1000 mit gemeint bei 50 unten, ne? Genau, ja. Mittlerweile bin ich bei 74. Gut. Wollte ich nochmal ansprechen. Aber dein Jahresziel hast du ja trotzdem verkackt, ne? Was? Vom letzten Jahr? Vom letzten Jahr, ja. Enttäuschend. Was wolltest du eben erzählen? Nein, es gibt einfach, man sieht halt eben, dass diese öffentlich-rechtlichen oder auch die privaten vom Mainstream, die ja eigentlich das Internet nur nebenbei betreiben. Ja. Wie jetzt RTL oder sowas zum Beispiel, also Fernsehsender, die ja nochmal Millionen mal mehr Leute erfüllen. Auch Weltnachrichten sind, es gibt eine ganz interessante Seite, für die, die es interessiert, nennt sich Social Blade. Und da kann man ungefähr einsehen, was so ein Kanal, wie die Entwicklung ist, die Reichweite und auch welche potenziellen Summen dort eingenommen werden. Und da ist immer so ein, also die Spanne von bis ist relativ groß, was auch mit Monetarisierung und so weiter zusammenhängt. Aber ich sage mal, man kann sich so am oberen Drittel ungefähr orientieren, an den Zahlen, die dort angegeben werden. Was, was ein Kanal, sofern die Videos, sofern der Werbung drauf geschaltet wird, was so ein Kanal ungefähr im Monat damit nur mit Google AdSense Werbeeinnahmen verdient. Und wenn wir uns dann die, die privaten Sender anschauen, die ja eigentlich nur dort ihr Material, was im Fernsehen und so läuft, recyceln im Prinzip und in kürzeren Videos und Clips dort hochladen, dann ist das schon enorm, was dort, was dort an Summen rumkommt. Wobei man ja beim öffentlich-rechtlichen sagen muss, die schalten ja keine Werbung, weil die sind ja, die sind ja bezahlt. Auf YouTube jetzt? Ja, ja, genau. Ist das so? Ja, ja, das ist, die Sachen sind, die sind ohne Google AdSense Werbung, ja. Weil es hieß ja auch mal, dass man im Fernsehen keine Werbung schaltet bei den öffentlich-rechtlichen. Ja, ich glaube, da hatten wir erst erst nur nach 20 Uhr und mittlerweile ist ja so. Ja, vorabend Programm und dann wurde es aufgeweicht immer weiter. Genau. Ich kann mich halt als Kind noch daran erinnern, weil meine Eltern waren so ein klassisches, ja, Bürgertum, öffentlich-rechtlichen Haushalt, Guckerhaushalt. Und dann hatten wir immer Tagesthemen und Tagesschau und heute. Und dann irgendwann habe ich auch mal gefragt, warum guckt ihr denn Tagesschau und Tagesthemen? Ja. Weil es halt zwei Stunden auseinander ist ja jetzt nicht so die Welt passiert. Ja, die haben immer einen anderen Fokus und so. Ja, haben sie. Minimal halt, aber dann sieht man eben, wie klein dieses Spektrum von den Leuten ist, die halt auf den Fernseher vertraut haben oder noch immer vertrauen. Und du denkst, du informierst dich großflächig, indem du zwei verschiedene öffentlich-rechtliche Formate guckst? Ja, oder vielleicht wechselt man einen Sender von ARD auf ZDF und dann ist eine andere Moderatorin wieder. Oder man guckt dann noch heute Nachrichten. Ja. Und das ist halt krass. Und die Leute, denen wird ja suggeriert, dass sie wirklich ein breites mediales Band haben, aber es stimmt ja einfach nicht. Nee. Und ich denk, das war ja auch wahrscheinlich unserer beider Gründe, warum wir irgendwie in die Medienarbeit gegangen sind. Erzähl doch einfach mal, wie hat das bei dir angefangen? Was war irgendwie so der Startschuss, dass du gesagt hast, du willst ja selber Medienarbeit machen? Weil ich denk, viele Leute kennen dich noch nicht. Ich glaub, das ging insgesamt mit einem Hobby an. Und das waren damals unter anderem auch Funkkanäle, die mich so ein Stück weit radikalisiert haben, wo ich Beiträge gesehen hab, die heute Themen, das find ich unfassbar, ein Hauptthema war Gender Pay Gap. Jeder, der sich damit irgendwie zehn Minuten beschäftigt, findet raus, okay, so wie das hier dargestellt wird, dass Frauen 20 Prozent weniger verdienen sollen, nur weil sie Frauen sind, ist Quatsch. Also wenn ich beides in einen Topf schmeiße, alle Männer, alle Frauen und so, das wurde so unglaublich oft schon debunkt oder klargestellt, dass diese Zahlen keine Aussagekraft haben. Dass das blanker Populismus ist, das gegenüberzustellen und dann Frauen zu suggerieren, ihr verdient weniger, nur weil ihr Frauen seid. Und dann gab es dann plötzlich, und das kannte ich bloß aus dem englischsprachigen Raum, dann gab es plötzlich deutsche Kanäle und dann hab ich gesehen, Funk und dann öffentlich-rechtlich. Hatte ich nie, ich hatte nie damit ein großes Problem. Das ging mal los, als die ZDF-Heute-Show irgendwie 90 Prozent ihrer Beiträge gegen die AfD und gegen Donald Trump nur noch produziert hat, jeden Freitagabend. Dann hab ich irgendwann gedacht, okay, wenn jetzt jede Woche dasselbe kommt, brauche ich mir das auch nicht mehr angucken. So, dann gab es aber plötzlich Funk und die haben dann halt diese Format. Und es gab niemanden, der was dagegen gesagt hat. Also sie konnten quasi frei ihren Unsinn weiterhin im Internet behaupten. Dann hab ich damals gesagt, okay, dann schreibst du wütende YouTube-Kommentare dagegen. So, die hat sich aber niemand durchgelesen. Mittlerweile bin ich übrigens cleverer, ich mach das so, ich hab mehrere Google-Accounts über die Jahre für verschiedene Zwecke mir angehäuft. Und wenn ich irgendwo einen wichtigen Kommentar schreibe, wo ich der Meinung bin, das hat staatstragende Relevanz, dann logge ich mich mit meinen verschiedenen Kanälen an und vote den hoch. Und wenn er so 10, 12 Likes hat, dann sehen das andere auch. Bin ich übrigens nicht selber drauf gekommen, hab mich jemand anders drauf gebracht. Und dann wird der relativ weit oben angezeigt. Weil wie gesagt, wenn man ja was zu sagen hat, ist das wichtig. Und so hat sich das im Prinzip entwickelt, dass ich gesehen hab, da ist jemand, der redet Unsinn und niemand widerspricht im Prinzip. Ja, und so ging das dann quasi los. Das ist extrem unprofessionell mit deinen Multi-Accounts, weil die, man weiß ja, die Politiker von der Ampel haben ja längst bezahlte Likes und Bots, die das dann halt zu tausenden liken. Hab ich, du sprichst auf, du sprichst auf Ricarda Lang an. Richtig, ja. Aber auch da hab ich schon Leute gesehen, die das verteidigt haben, es seien fremde Bot-Accounts, die ihr quasi schaden wollen. Mit einem Like oder was? Genau. Also nicht sie selbst sei dafür verantwortlich oder das Team. Und es gibt ja diese Seiten, wo du Follower und so weiter oder Likes kaufen kannst. Aber das sei von außen gesteuert, um ihr zu schaden. Das ist die Theorie, hab ich auch schon gehört. Ja gut, kann man jetzt schlecht widerlegen, aber... Wer auch immer drauf gekommen ist, gute Marketingstrategie. Das waren die Russen das, ne? Wenn von Bot-Accounts die Rede ist auf Plattform X, jemals Twitter, dann sind das immer die Russen. Ja, ja. Du hast ja ein Video neulich dazu gemacht, ne? Mit den, diese Erkenntnisse in dem Skandal von, was waren das nochmal? Mit den Offizieren meinst du das Thema? Nee, das ist schon länger her, was auch bei uns auf dem Kanal kam. Wo dann in der Pressekonferenz keine Hinweise vorgelegen haben, wo dann halt... Ach, ach, da ging es um die, um die, ähm, die russischen Bot-Angriffe. Genau, ja. Dass russische Bot-Accounts oder russische Twitter-Accounts, dass die im ganz großen Stil... Genau, an die russische Politik pushen. Genau, und Desinformationen hier verbreiten würden. Pro-russische, ja. Genau, und da gab es keinen Nachweis für. Dann wurde in der Pressekonferenz nachgefragt, woher man denn weiß, dass diese Accounts, über die gesprochen wird, die dann irgendwelche Fake News verbreiten, dass das denn tatsächlich, tatsächlich aus Russland kontrolliert sei. Und dann haben alle gesagt, am besten mal die erste Antwort, also wie, dass das ja, äh, wie wichtig das wäre, dass man sich auf Informationen verlassen kann und das Fake News im Internet und so weiter. Und dann war ich, das war ja nicht die Frage. Es ging ja darum, ob man, ob man einen expliziten Nachweis hat, dass das aus Russland kontrolliert ist. Und das hat man natürlich nicht. Ja. Aber das ist eine Behauptung, die man aufstellt. Und jeder, der sich ja dann gleichzeitig irgendwie wieder pro-russisch äußert, fällt natürlich dann in diese Schublade rein, dass man diese russische Desinformationskampagne unterstützen würde. Aber es ging ja nicht nur ums pro-russische, sondern es ging ja auch um die Anti-Ampel-Kommentare und Meinungen. Und dass dann halt wieder die Kritik an der Regierung, muss ja von Russland gesteuert worden sein, weil ja offensichtlich in Deutschland alle zufrieden sind mit der Regierung. Genau, weil also Kritik an der eigenen Ampelregierung kann niemals aus der eigenen Bevölkerung rauskommen, weil das, was sie machen, ist gut. Und da habe ich letztens auch noch ein schönes Bild gesehen, das können wir bestimmt irgendwie einblenden an der Stelle, so ein Meme, dass Scholz der unbeliebteste Kanzler jemals ist. Und da war darunter ein Bild vom ehemaligen Reichskanzler, der so nett gelacht hat darüber, wenn man das miteinander, ich vermute, es ist aber von der BRD die Rede. Aber ich fand das trotzdem witzig, dass er sich gedacht hat, immerhin bin ich nicht der unbeliebteste Kanzler gewesen. Den Titel hat Olaf Scholz abgesagt. Bei mir war es tatsächlich noch ein bisschen länger her, dass ich angefangen habe, irgendwie am Mainstream zu zweifeln. Ich bin ja gefühlt tausend Jahre älter als du. Was bist du vom Baujahr? 91. Okay, vier Jahre. Ja. Du bist jetzt 33. Aber ich habe halt, als ich angef... Was? 34? 32. 32. Ja, ich werde 33. Achso, ich bin 29, bist du gar nicht so viel älter als... Gefühlt tausend Jahre, habe ich gesagt. Und das war dann auch, weil die Eltern immer schön Tagesschau geschaut haben und öffentlich-rechtliche. Und dann gab es eben einen, ich habe das auch ein paar Mal schon erzählt, weil es einfach so ein krasser Moment in meinem Leben war, wo eben ein... Es war 2014, als diese Maschine abgeschossen wurde in der Ukraine. Ja. Als halt dann kam wohl um die Ostukraine, Invasion, ja, nein. Und dann wurde halt diese Maschine abgeschossen und dann hieß es, wurden dann diese Pressebilder verwendet hinter diesem Beitrag von ARDZF oder was es war. Und dann war es gerade die Phase, wo, ich glaube, Nein-Gag war damals noch präsent im Internet. Kenne ich auch noch, war ich auch, habe ich auch lange konsumiert. Ja, oder Reddit oder irgendwie sowas. Und dann hat einer ein Video hochgeladen. Ich habe es am gleichen Tag gesehen, als diese Meldung in Nachrichten kam, wo halt das gleiche Video war. Und, aber mit Ton. Und in diesem Ton brüllt halt jemand Allahu Akbar, Allahu Akbar, der halt mit einer Panzerfaust eben eine Maschine runtergeschossen hat. Das in der Ostukraine, das ist aber merkwürdig. Ja, sehr merkwürdig, ja. Und man kann ja jetzt lange sagen, das war irgendwie ein handwerklicher Fehler oder das ist was durchgeflutscht. Aber im Endeffekt, da halt bewusst den Ton rauszumachen und das halt als Video oder als Bebilderung hinter einen falschen Beitrag zu legen, um halt dann die Russen schlecht dastehen zu lassen. Und das war dann so 2014 um den Dreh? Müsste 2014 gewesen sein, ja. Und das war für mich so ein krasser Moment, dass ich, weiß das noch, wie ich am PC gesessen habe, habe dieses Video gesehen. Und gefühlt hinter mir lief halt der Fernseher mit der Meldung, wo halt das in einem anderen Kontext gerutscht war. Aber bis dahin war deine, hattest du ein positives, neutrales Bild gegenüber den öffentlichen Rechten oder was war so? Eher positiv, neutral tatsächlich. Ich habe mit Einwanderungskritik mich relativ früh befasst, weil ich auch, ich bin ja auch eher so ein Daten-Zahlen-Nerd und habe dann auch mal die polizeilichen Kriminalstatistiken mir angeschaut. Das war auch vor 2014 schon, weil in der Schule oder in der Uni hieß es ja immer, das stimmt ja gar nicht, dass Ausländer krimineller sind. Sind ja alle gleich kriminell. Und dann guckt man halt, klappt man so die PKS auf und dann sieht man halt, dass irgendwie, ja Syrer waren damals noch gar nicht in Deutschland, ich weiß gar nicht, was das für Ethnien waren. Die sind dann irgendwie zehnmal krimineller. Und dann habe ich gesagt, okay, das stimmt ja alles gar nicht. Und dann hat das so langsam angefangen, dann kam eben diese 2014er-Geschichte und dann bei 2015 war ja dann, es war ja einfach nur noch absurd, wie berichtet wurde und wie die Realität ausgesehen hat. Also ich weiß noch, bei mir in der Schule damals, gerade so Sozialwissenschaften oder Politikunterricht, da waren die Lehrer natürlich sehr drum bedacht zu sagen, okay, informiert euch, lest irgendwie Zeitungen, Nachrichten und so weiter. Aber ich meine, welcher 16-Jährige liest irgendeine Zeitung? Da muss ich auch die Richtigen lesen. Genau, keiner. Und dann hieß es, wenn ihr euch schon nicht informiert, dann guckt wenigstens einmal die Woche oder wenn ihr es zeitlich schafft, abends einfach mal hier, weil sie nicht 20 Minuten Tagesschau. Dann seid ihr wirklich gut informiert, ihr wisst, was so in der Welt abgeht und habt die wichtigsten Informationen über so den aktuellen Stand der Dinge. Und das hat sich so eingebrannt, dieses Guck doch wenigstens die Tagesschau. Also das ist so, wenn ihr gar nichts wisst, lasst euch einfach davon berieseln, guckt euch das an und dann wisst ihr im Prinzip Bescheid, weil die berichten neutral, einfach nur die Istlage, was derzeit in der Welt passiert und das halt völlig neutral, ohne Wertung und so weiter. Das hat sich so eingebrannt und mittlerweile, und das habe ich, ich weiß gar nicht, habe ich ein, zweimal auch schon erwähnt, bin ich wirklich der festen Überzeugung, dass jemand besser daran gelegen ist, gar keine Nachrichten zu gucken, anstatt sich die Tagesschau anzuschauen. Das sieht man ja immer bei den sogenannten bildungsfernen Haushalten, die politisch meistens anders abstimmen als die Leute mit einer top akademischen Bildung. RTL zuletzt, hast du mitbekommen, 92 Prozent, die diese Ramadanbeleuchtung ablehnen, hat RTL eine Umfrage gemacht, Live-Umfrage, über 12.000 Leute haben abgestimmt. Der RTL zu schauen, 92 Prozent sind gegen diese Ramadanbeleuchtung. Ist halt keine repräsentative Umfrage, das wird ja dem RTL wieder vorgeworfen, so ja, alle Bevölkerungsschichten blieb blieb blieb. Aber im Endeffekt sind es ja die, aber es ist interessant, es ist mega spannend und es sind ja die 50, 60, 70-Jährigen, die ja immer Altparteien wählen, die gefühlt auch dann akademisch da sind oftmals. Das ist halt klassische Bildungsbürgertum, grün angehaucht und die halt sagen dann ja, Ramadan ist toll und Klima ist toll und was auch immer alles. Und wenn man dann halt mal mit normalen Leuten redet, ich sag mal, wenn wir jetzt auch mit normalen Leuten in Kontakt sind, Lieferant oder so jemand, weil der jetzt gar nicht mal politisch irgendwie, ja, der halt politisch neutral ist. Wir haben das immer, der, der uns die Zeitschriften liefert, mit dem rede ich immer kurz. Und er sagt dann auch, es geht so nicht weiter, die Lkw-Maut ist explodiert, die müssen jetzt teurer werden, die müssen kurzer werden. Also total krass halt und jeder hasst halt die Ampel. Aber irgendwie muss es ja noch immer 40, 50 Prozent geben, die sich stützen, die halt in ihrem Vorstadthaus sitzen, was mittlerweile zwei Millionen Euro wert ist wegen der Sachwertinflation. Die natürlich auch nicht, in der Regel nicht in den Brennpunktgebieten leben. Die haben einfach nichts mitbekommen. Und die gucken dann immer noch ARD und ZDF und denken sich, da ist ja alles in Ordnung mit der Integration. Und wenn man denen natürlich sagt, sämtliche Kritik an der Ampel ist von Russland gesteuert, an der Ampelpolitik, dann sitzen die da und sagen, ja, das ist ja plausibel. Deswegen hat man den Eindruck, dass viele Leute schlecht über die Ampel denken, aber es ist ja gar nicht die Politik, die sie machen, die sie so schlecht macht, sondern nur diese russische Desinformationskampagne, wo man ihnen eine schlechte Arbeit vorwirft. Und alles andere an Kritik, hat man dann das Gefühl, kommt dann irgendwie von der bösen AfD. Noch einen Satz kurz dazu gesagt, dass die Leute immer noch die Altparteien wählen. In Thüringen gibt es, glaube ich, zwei Kreise, die seit 100 Jahren oder wahrscheinlich seit Millionen von Jahren schon CDU geprägt sind. Und wo immer CDU gewählt wird, das ist ja einmal hier Eichsfeld, der Wahlkreis unter anderem von Björn Höcke. Wenn man sich die Zahlen in Thüringen anschaut, dann müsste es ja eigentlich davon ausgehen, wo auch immer ein Björn Höcke, in welchem Landkreis der kandidiert, müssten die Leute ja, also, weiß nicht, ihn mit 95 Prozent als Direktkandidaten wählen. Aber das ist halt eben so ein Landkreis, der ist halt sehr christlich geprägt. Und das ist völlig egal, da könntest du auch interessierten Affen hinsetzen mit einer CDU-Kopfbinde. Und auch dann würden die Leute den CDU-Kandidaten wählen, einfach weil das so da drin ist. Und ich glaube, ähnlich ist das wie bei dem Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien. Und wenn die halt sagen, das ist gut, das ist schlecht und das ist die Wahrheit, dann glauben die Leute das. Ja, ich denke, das wäre ein Thema für unsere nächste Folge, Parteien und Parteienbindung. Ja. Finde ich mega spannend. Auf jeden Fall. Weil man hat ja auch bei der Bundestagswahl 2021 gesehen, dass die jungen Leute, ja, exorbitant nicht mehr die Altparteien gewählt hat. Finde ich übrigens ziemlich krass, weil ich davon aus, also ich bin ein massiver Verfechter von Wahlalter nicht runtersetzen. Ja. Und dann schaut man sich die Umfragen für Thüringen an. Ja. Und der jungen Wähler, in 14 bis 29, hätten knapp 47 Prozent irgendwie die AfD gewählt. Ja. Ich dann denke, also ich bin trotzdem der Meinung, das nicht zu tun, weil ich glaube auch, dass die Beweggründe von Linken oder Grünen halt sind, wir gehen davon aus, dass wir bei den jungen Menschen im Land die Mehrheit haben, dass das der Hauptgrund ist und dass sie nicht mehr Mitbestimmung wollen. Ich denke, es gibt viele Gründe, warum man, weiß ich nicht, Dinge wie Alkohol, Zigaretten, Führerschein, Film ab 18 und so weiter, warum man das an einer gewissen Altersgruppe nicht zugänglich macht. Und dasselbe halte ich, dass du den Weitblick für Wahlen noch nicht hast. Aber hat mich überrascht. Ja. Also ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Allgemein die Entwicklung, jetzt haben wir noch das Thema mit der Werteunion, BSW und so weiter. Aber ich glaube, das wäre ein spannendes Thema für die nächste Folge. Meines Wissens war es auch so, dass Bismarck den Sozialdemokraten damals zustimmen musste, als das Wahlalter runtergesetzt wurde. Das war dann von 25 auf 21, wenn ich mich nicht täusche. Und es wurde ja in der Geschichte immer weiter runtergesetzt. Wenn man sich jetzt gerade historisch irgendwie die Antike anschaut, da durfte ja nur der Vollbürger wählen. Also der Mann, der Militärdienst geleistet hat, der Vermögen hat, der Grundbesitz hat. Also extrem viele ausschließende Faktoren, weil man eben nicht, weil man gesagt hat, wir wollen die anderen ausschließen. Sondern weil man gesagt hat, jemand, der so einen Status hat, der kann eben intelligentere staatspolitische Entscheidungen treffen. Und eben nicht der 18-Jährige heute. Ja, wobei, da habe ich mich auch mal ein bisschen, also zu dieser ganzen Wahlgeschichte, wer darf ab wann wie wählen. Und es waren aber nicht nur Männer tatsächlich. Also es waren auch im Bereich der Vermögenden, sonst wurde damals auch, also es waren halt, du warst halt nicht nur irgendwie aufgrund deines Geschlechts ausgeschlossen von Wahlen. Sondern in erster Linie war dein bürgerlicher Stand halt ausschlaggebend. Weshalb ich es halt spannend finde, wenn dann immer gesagt wird, irgendwie Wahlrecht für Frauen 1918. Aber es waren auch unzählige Männer, die halt vorher nicht wählen durften, nur aus anderen Gründen. Also es hat halt nicht ihr Geschlecht betroffen, sondern sie waren halt einfach nicht in der richtigen bürgerlichen Kaste, sage ich mal, drin. Spricht natürlich keiner drüber, sondern jetzt ist halt Teil der Opferrolle oder Pyramide. Ja, Frauen durften knapp vor 100 Jahren irgendwie noch nicht wählen. Ich denke ja, was machen wir denn jetzt damit? Aber lass das auf nächste Folge verschieben, lass uns bei den Medien bleiben. Ich habe hier so eine tolle Grafik, hochprofessionell ausgedruckt. Welche von den beiden? Die vordere. Sieht ein bisschen aus, wie die Belege im Verfassungsschutzbericht, ob man die AfD verbieten soll. Das stimmt, nur die haben Farbe, oder? Nee, auch schwarz-weiß, aber das ist von Facebook. Ist das auch von Facebook? Nee, Statista natürlich, das Datenportal. Hast du da einen Account, ein Abo? Die sind sauteuer. Sautheuer und die haben ja jetzt eine AfD-Fraktion rausgeworfen als Kunde. Wirklich? Ja, ich glaube Mecklenburg-Vorpommern oder so. Okay. Haben sie gekündigt, wahrscheinlich eben aus politischen Gründen. Ja, aber ich finde es ganz spannend, weil hier sieht man eben eine Umfrage, ob die Menschen in Deutschland mit dem Öffentlich-Rechtlichen zufrieden sind, im weitesten Sinne. Und das ist ja so, dass die Mehrheit offensichtlich uns ja nicht zustimmt, sondern die ja eigentlich ganz toll finden. Und wenn man jetzt aber mal schaut, fand ich eben krass, wie das gemacht ist, wie manipulativ das gemacht ist, was für Fragen gestellt sind. Hier die erste zum Beispiel, ich finde die Informationsangebote des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks wichtig. Ah. So, da stimmen jetzt 72 Prozent zu. Prinzipiell würde ich dem sogar auch zustimmen, glaube ich, wenn man mich fragen würde. Ja. Also ich würde sagen, Umsetzung würde ich sagen 0 Prozent, aber dass ich das an sich wichtig fände, wenn wir einen unabhängigen Öffentlich-Rechtlichen Informationsangebot nicht auf Werbung und Co. angewiesen, sich zu refinanzieren, sondern die kann einfach nur geile Arbeit machen, würde ich sagen, ist wichtig, ja. Ja, ich persönlich würde widersprechen, aber ich verstehe dein Argument. Ja, genau. Und dann sieht man eben, dass halt diese Frage, dass was wichtig ist, überhaupt keine Aussagekraft beinhaltet. Nee, überhaupt nicht. Wie viel ist man bereit zu bezahlen? Was sollte man ändern? Was sollte man reformieren? Und wenn diese Frage in der Umfrage schon als Icebreaker startet, dann erzeugt man, und das wissen die Studienautoren ganz genau, ich habe auch quantitativ an der Uni gearbeitet, die wissen ganz genau, in welcher Reihenfolge welche Fragen gestellt werden, wie die formuliert werden müssen, um diese Ergebnisse zu erzeugen. Zum Beispiel bei fast allen Fragen, das sind halt positive Fragen, wo ein Ja immer leichter fällt. Das ist ein sogenannter Zustimmungs-Bias. Man stimmt einfach leichter zu als Mensch, ist so. Und je nachdem, wie man halt die Fragen stellt, erzeugt man eben eine höhere Zustimmung. Und hier dann auch, der öffentlich-rechtliche Rundfunk leistet einen wichtigen Beitrag zur Demokratie. Stimmen 62 Prozent immer noch zu. Das ist einer der Gründe, warum er überhaupt gegründet wurde nach dem Zweifeldkrieg. Ja. Und ich meine, welche Leute sollen da verneinen? Also es sind immer noch hier 23 Prozent oder 13 Prozent, die teils teils oder überhaupt nichts sagen. Aber die Mitte der Gesellschaft sagt natürlich, ja, es ist wichtig für die Demokratie, klar. Und dieser ganze Fragenkatalog, man könnte das jetzt ewig noch durchgehen, ist halt wirklich so manipulativ aufgebaut, dass man einfach eine Zustimmung erzeugt, die nicht da ist. Ja. Und das sieht man eben dann bei einer anderen Umfrage. Hat die Junge Freiheit veröffentlicht von Insa. Ja, es ist natürlich jetzt schwer, die Parteien zu erkennen in Schwarz-Weiß. Aber man sieht halt eben, dass sehr, sehr viele Leute tatsächlich für eine Abschaffung des öffentlichen Rundfunks sind. In der jetzigen Form. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Sache, wo halt AfD-Wähler zustimmen und überraschenderweise Grünen-Wähler halt verneinen. Und ja, woran liegt das wohl? Und das ist halt wichtig, weil das ist schon der erste Hinweis darauf, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja gar nicht neutral arbeiten kann. Weil wenn er neutral arbeiten würde, dann müssten ja zumindest tendenziell die Parteianhänger ein ähnliches Ergebnis bei der Meinung nach Abstimmung oder nicht Abstimmung sein. Aber weil das so nicht ist, kann irgendwas nicht stimmen. Es ist auch interessant, es gibt ja diese Studie von der Gutenberg-Universität Mainz, die ja auch darüber einen Zeitraum untersucht haben, wie neutral der öffentlich-rechtliche Rundfunk berichtet. Im Verhältnis zu den Vergleichsmedien haben sie es halt genannt. Das sind in der Regel dann irgendwelche freien, unabhängigen Medien eben. Das ist relativ aktuell, oder? Die ist relativ aktuell. Die Studie ging von, ich glaube, November bis Januar um den Dreh. Das ist auch interessant zu wissen, dass die halt nur einen Zeitraum von drei Monaten untersucht haben. Und auch da kommt es natürlich darauf an, wenn jetzt dieser Januar-Skandal mit diesen ganzen künstlichen Umfragen, diesen Demos, wenn das mit eingeflossen wäre in diesen Zeitraum, wäre die Zustimmung wahrscheinlich deutlich geringer gewesen oder die Diskrepanz wäre deutlich größer ausgefallen. Zusammenfassend haben die herausgefunden, dass das öffentlich-rechtliche Rundfunk und Vergleichsmedien gleichermaßen neutral berichten würden. Also der Vorwurf, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei zu links oder würde zu links berichten, würde nicht zutreffen. Bis auf einen Punkt, wo es einen Unterschied gab, und zwar in der Berichterstattung über die Bundesregierung. Da berichtet der öffentlich-rechtliche Rundfunk tendenziell merklich positiver über die Arbeit der Bundesregierung als eben die Vergleichsmedien, die untersucht wurden. So, das ist quasi die einzige Diskrepanz, die man wirklich festgestellt hat. Was aber auch mit erwähnt wird, was häufig dann weggelassen wird, die Autoren erwähnen explizit, dass solche Studien regelmäßig stattfinden müssen und weisen halt auch darauf hin, dass es nur ein Zeitraum von drei Monaten ist. Und dass auch in einem anderen Zeitraum im Jahr die Ergebnisse wahrscheinlich anders ausgefallen werden mit einem anderen Schwerpunkt. Und was mir aber zeigt, okay, wenn das denn regelmäßig untersucht wird, erst dann bekommt man ja wirklich ein klares Bild darüber, okay, wie neutral berichten sie denn jetzt oder sind sie. Weil jeder, der kritisch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwie mal teilweise konsumiert wird, halt feststellen, dass da ein ganz klarer Linksschlag vorhanden ist. Was besonders interessant war, dass die Berichterstattung über die AfD sogar in den Vergleichsmedien noch negativer ausfällt mit irgendwie, ich glaube, über 88 Prozent im Vergleich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber auch da ist natürlich die Frage, okay, woran wird das bemessen, was ist für diejenigen negativ? Ja, weil faktisch sitzen da irgendwelche Sozialwissenschaftsstudenten, die ein Praktikum machen und dann gezwungen werden, acht Stunden lang Aussagen von Politikern zu filtern oder von den Medien zu filtern und sagen, ja, okay, das ist jetzt negativ, das ist neutral, das ist, also deswegen wird es halt schon schwierig, das halt quantitativ sauber zu machen. Und eben das beste Beispiel jetzt in der Umfrage, wer sind die Vergleichsmedien? Genau. Ist das jetzt, sind das eher Spiegel, ist das Welt, ist das Bild, ist das Berliner Zeitung, News oder was weiß ich, irgendwelche AfD-freundlichen Medien sogar? Also ganz, ganz schwierig. Und ich glaube auch, dass diese Science-based Rückendeckung vom Mainstream sehr, sehr viel Schaden anrichtet in der Bevölkerung, unterbewusst. Weil die Menschen, die mit der Regierung unzufrieden sind oder die eher AfD-affin sind oder mit den Altparteien unzufrieden sind, die nehmen das ja jeden Tag wahr. Jeden Tag aufs Neue kriegen sie halt den gleichen Wein eingeschenkt, den gleichen Blödsinn erzählt. Und dann kommt eine Studie und sagt, du hast ja gar nicht recht. Genau, also deine Wahrnehmung ist Quatsch. Genau, du hast überhaupt keine Ahnung. Du bist das Problem. Und dann kommt man, glaube ich, selber auch ins Grübeln und sagt, okay, vielleicht sind ja die alternativen Medien, die ich konsumiere, sind die halt das Problem mit dem, was du mir halt erzählen wolltest. Weil ich glaube, also jeder, der irgendwie sich mal ein Funkformat anschaut, es gibt da zig verschiedene Beispiele. Es gibt zum Beispiel dieses, ich glaube, Klimazeit, klimaneutral gibt es auf Instagram. Dann gibt es dort Mädelsabende. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, wenn man sich wirklich mal ekeln möchte vor Beiträgen. Das erinnert mich so ein bisschen, der Instagram-Auftritt der Öffentlich-Rechtlichen, erinnert mich so ein bisschen an die aktuelle Comedy von jungen Frauen. Da gibt es irgendwie so drei Themen. Sexismus, dann ganz viel Geschlechtsverkehr, Männer sind blöd, Frauen irgendwie empowern und das war es. Und das ist quasi, das ist so der Themenschwerpunkt. Irgendwie ein bisschen Feminismus, dann jeder ist gut, so wie er ist. Übergewicht ist auch ganz in Ordnung, du lebst einfach nur in einem größeren Körper. Body-Positivität. Genau. Und das wäre interessant, darüber mal irgendwie, also ich meine, über Funk gibt es ja, glaube ich, auch Studien, die sagen, okay, das ist zu 100% links. Aber das muss, glaube ich, das Angebot muss regelmäßig untersucht werden. Und ich bin mir sicher, dass wenn man da mal über einen längeren Zeitraum irgendeine valide Möglichkeit gefunden hat, das zu messen, dass es dann recht eindeutig wird. Was, glaube ich, gut wäre, was du gerade angesprochen hast, für diejenigen, die das kritisch betrachten, um eben das mal auch in Zahlen irgendwie belegt zu bekommen, dass sie das Gefühl einen eben nicht täuscht. Klar, gerade bei diesen politischen Sachen, also zum Beispiel, was ist links-rechts, was ist konservativ-liberal und so weiter, das ist halt sehr schwammig natürlich. Es gibt ja auch regelmäßig immer diese Untersuchungen von Medien, so wie links oder wie rechts ist eine Zeitschrift. Da kommen ja auch immer die unterschiedlichsten Sachen raus. Dann ist entweder die junge Freiheit rechtsextrem auf der einen Seite, so, dann ist irgendwie die Taz gemäßigt links oder so, als quasi sozialistisches Kampfblatt. Sehr spannend, aber ein Beispiel gab es, wo man es schön sehen konnte, auch quantitativ, wie links unsere öffentlich-rechtlichen Medien sind oder die Mainstream-Medien generell. Und das war bei der Berichterstattung über Donald Trump. Da gab es nämlich eine Studie, die hat auch dann wieder zigtausende Berichte über einen Beobachtungszeitraum analysiert. Und da kam dann eben raus, dass 99 Prozent der deutschen Mainstream-Medien negativ gegen Trump berichten. 99? 99. So. Und jetzt natürlich die Frage. Hätte ich nicht mal geschätzt so hoch. Ja, enorm. Das ist ja fast wie Zustimmung auf dem kommunistischen Parteitag, wo mit 100 Prozent gewählt wird. Und... Ramelows. Ja, genau, der war auch so hoch, ja. Ja, und dann sieht man halt eben, also was kann man daraus jetzt ableiten? Jetzt sagt natürlich der Normie oder der Linke, sagt, ja, Trump ist halt ein Idiot, deswegen müssen wir ja wahrheitsgetreu berichten. Also ist er ein Idiot. Aber man kann, das fährt ja auch andersrum auf, man kann sagen, das ist der Präsident vom mächtigsten Land der Welt, der offensichtlich von 50 Prozent plus der Wähler gewählt wurde. Ja. So, das heißt, sollten wir nicht den Anspruch haben, dass wir eine ausgewogene Berichterstattung haben, die halt Gegner von Trump zu Wort kommen lassen und halt eben auch positive Leute von Trump. Aber das passiert halt nicht. Und dann sieht man eben auch dieses Bild in Deutschland, was ja mit Anti-Trump und Anti-Putin, das sind ja so mit die krassesten Erzählungen, die es in der deutschen Presse gibt. Und dementsprechend weißt du halt auch, wie die Meinung von dem durchschnittlichen Deutschen entstanden ist, der halt Trump eben für einen sexistischen, mittlerweile ist ja die Erzählung, dass Trump ja battlearm ist, hast du das verfolgt? Nee, das kam immer wieder mal auf, auch diejenigen, die ja gesagt haben, dass er nur die Präsidentschaft irgendwie genutzt hat, um sich persönlich finanziell daran zu bereichern, weil er irgendwie kurz vor der Insolvenz stünde. Genau, und dann gibt es ja auch die Studien, also wie reich Präsidenten wurden, ich glaube, du hast mir das auch mal geschickt. Kann sein, ja. Und dann sieht man halt, wie viel Geld oder wie viel Privatvermögen die beim Amtsantritt hatten und dann halt am Ende. Und bei Trump ist halt keine große Veränderung da, aber Bill Clinton hat sich irgendwie verhundertfacht oder so, also total krass. Zufall aber dann. Genau, und das andere Beispiel, was jetzt momentan kommt, weil linke lügen ja immer, das ist was, was ich immer sage, linke lügen einfach. Warum, kann man jetzt lange drüber streiten. Von der Alliteration. Ja, und die Darstellung, dass Trump senil wird, begegnet mir immer häufiger. Wirklich? Ja. Das ist ja nicht mehr zurechnungsfähig. Das fand ich, das wirst du auch mitbekommen haben, als man über Putins potenziellen Gesundheitszustand berichtet hat, irgendwie, weil sein Bein gewippt hat. Und gleichermaßen siehst du irgendwie drei Videos, wo ein Joe Biden irgendwie hinfällt oder irgendwie auf der Treppe irgendwie achtmal hintereinander stolpert, was es bei einem Donald Trump nie in dieser Form gegeben hat. Oder er ständig auf irgendwelche Bühnen kommt, nicht weiß, wie man die Hand schütteln soll oder plötzlich einfach geht. Der französische Ministerpräsident war Mitterrand, hat er gesagt. Stimmt, genau. Weil er seit 40 Jahren nicht mehr ist. Hat er nicht auch von Horst Köhler noch gesprochen? Das weiß ich, aber Merkel hat er auch irgendwie verwechselt. Er hat auch von irgendeinen Kanzler, der glaube ich auch schon länger irgendwie nicht mehr lebt oder so. Ich weiß nicht, ob es Helmut Kohl oder so. Kohl kann sein, dass er den auch erwähnt hat. Helmut Kohl hat irgendwie drüber gesprochen, der deutsche Kanzler. Und da stürzt sich halt niemand drauf. Ich mir denke, wenn das halt jemand anderem passieren würde oder wie er in diesen Konferenzraum reinkam und sein Cheatpaper da irgendwie in der Hand hat, wo halt draufsteht, komm in den Raum rein, schau jeden an, sag Hallo, setz dich hin. Und er dreht halt am Ende, als seine Instruktion auf dem Zettel zu Ende, dreht er ihn halt um, um zu gucken, wahrscheinlich auf der Rückseite noch weitere Anweisungen für ihn stehen. Und nur das war ja der Moment, wo die Kamera dann eingefangen hat, was denn tatsächlich für Anweisungen da draufstehen, wo der wirklich weiß, also der Typ. Da wäre ja wahrscheinlich Marionette noch irgendwie nicht umschrieben für den. Oder wie er auch von seinem Fahrrad stürzt, dann klatschend und freuen sich, dass er irgendwie sich Chocolate Chip Eis bestellt hat. Du denkst, das kann nicht real sein, wie über diesen Mann. Oder dass er mit kleinen Kindern schnüffelt. Genau, wie darüber berichtet wird, wie völlig unkritisch. Aber wenn Putin mit dem Fuß wippt, ob er irgendwie todkrebskrank ist und kurz am Ende seiner Gesundheit stehen würde. Also neulich, wenn ich hier hinfahre, bin ich leider gezwungen, Radio zu hören. Ja. Und dann war ein Bericht über Trumps neue Modelinie. Er hat ja so Schuhe rausgegeben. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Echt, der hat mitbekommen, dass Lidl-Schuhe produziert. Ne, Trump tatsächlich produziert jetzt Schuhe, die sündhaft teuer sind und die wohl auch nicht so gut aussehen. Also vielleicht können wir das einblenden jetzt. Seine Original-Cap übrigens, die ist auch geisteskrankteuer. Ich glaube, 50 oder 60 Dollar kostet die. So, und weißt du, warum er es macht? Um halt seinen Wahlkampf zu finanzieren. Das ist ja der Grund. Ja. Und die deutschen Medien, die halt so verblödet sind und überhaupt keine Ahnung von amerikanischer Politik haben, stürzen sich dann darauf, was Trump für ein Idiot ist, weil er eine überteuerte Schuhlinie rausgibt, hat er nichts Besseres zu tun, pli, pli, pli. Und ignorieren den Fakt, dass Trump ja der Einzige ist, der ohne Big Donner, also ohne Großspender auskommt. Und da unabhängig seinen Wahlkampf finanzieren. Weil er halt selbst genug Geld hat und dann auch noch gewissermaßen so clever oder sein Team so clever ist, die halt sagen, wir müssen irgendwas machen, um Kohle reinzukriegen, dass unsere Fans uns supporten können, etc. Ja. Geben dann sowas raus und in Deutschland auf WDR 4 oder was zerreißt man sich dann das Maul darüber, dass halt irgendwie die Schuhe von Trump blöd aussehen. Also absurd einfach. Vielleicht kaufe ich mir solche. Da gibt es auch so ein paar Comedien, die sagen, wenn du richtig krass drauf bist, dann gehst du mit so einer Magermütze raus auf die Straße. Also dann willst du quasi, also du suchst die Konfrontatisierung. Keine andere Erklärung für, ja. Also du willst wirklich Krieg auf den Straßen, wenn du halt deine Make America Great Again Cap irgendwie aufsetzt. Es gab ja, ich weiß nicht, ob du die Mütze von Beatrix von Storch gesehen hast, Make Germany Safe Again, ist leider... Nett, ja. Ist leider nicht, hat leider nicht so gezogen, aber die Idee an sich fand ich lustig. Auch so ein bisschen edgy, aber ja, gab halt irgendwie ein, zwei Fotos und einen kurzen Text darüber. Lass uns abschließend noch kurz zum Öffentlich-Rechtlichen zurückgehen, das Finanzierungsmodell. Unserem Konkurrenz. Ja, also was machen wir jetzt, wie werden wir unsere Konkurrenz los? Würdest du sagen, reformieren, zusammenkürzen, zusammenschrumpfen, ganz abschaffen, freiwilliges Bezahlsystem. Also es gibt ja, gerade auch wenn man sich andere Länder anschaut, gibt es ja sehr viele Alternativen, wie man einen Staatssender gewissermaßen gestalten könnte, dass er halt nicht so dumm und so asozial und so teuer ist wie in Deutschland. Ja, also ein ganz großes Problem neben den teilweise völlig, völlig überzogenen Gehältern und da reden wir ja nicht nur von einem Jan Böhmermann oder einem Markus Lanz, die Gehälter von denjenigen sind ja so hoch, weil man sie für die Reichweite, für die Quote halten möchte und man zahlt halt das, was auf dem freien Markt im Prinzip, also vergleichsmäßig eben dort angeboten wird. Und ein weiteres Problem sind ja dann zum Beispiel die Intendanten, die die mittelhohe sechsstellige Beträge im Jahr verdienen. Und das ist ja nicht nur derjenige, der oben an der Spitze steht, sondern auch die drei, vier, fünf Posten, die irgendwie darunter die Sperrspitze der einzelnen Rundfunkanstalten bilden, auch die haben ja solche exorbitanten Gehälter und die langfristigen Verpflichtungen, so wie das zum Beispiel auch in der Politik ist, dass man geisteskrank hohe Pensionszahlungen oder sich auf solche Verträge eben einlässt. Wenn das zusammengekürzt würde, ich persönlich halte ein niedrigschwelliges, öffentlich-rechtliches, unabhängig finanziertes Angebot gar nicht für verkehrt, auch gerade was vielleicht so eine gewisse kommunale Berichterstattung oder auch manche Dokus und Reportagen, die wirklich erfolgreichen Programme, die würden sich ja komplett selbst tragen. Also da wäre eine Finanzierung gar nicht notwendig. Sieht man bei BBC, das ist freiwillig. Und maßgeblich wird es wahrscheinlich von den Thüringen-Wahlen abhängen. Und was passiert, wenn dort die AfD tatsächlich Regierungsbeteiligung, an die Regierungsbeteiligung irgendwie bekommt nach den Wahlen und dann die Drohung wahrgemacht wird, dass man den Rundfunkstaatsvertrag kündigen möchte. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Also Verträge lassen sich ja kündigen, aufheben. Und ich glaube, das muss passieren. Und auch dann wäre dieser Apparat wahrscheinlich nicht mehr in dem Umfang da. Ich weiß nicht, ob es erst abgeschafft werden müsste, um dann quasi neu aufgebaut zu werden. Aber so wie er jetzt aktuell ist, glaube ich, ist Deutschland ohne einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk besser dran, weil es genügend Alternative oder andere Angebote auch von den etablierten freien Medien gibt, die mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser informieren. Also auch im Vergleich bei den Öffentlich-Rechtlichen siehst du ja, dass sie dem aktuellen Nachrichtengeschehen ja genauso hinterherjagen, weil sie um Einschaltquoten buhlen. Allein im Fußball ist das ja auch zu sehen, wo mehrere Angebote nebeneinander, die quasi, wie du gesagt hast, Tagesthemen, Tagesschau, die dasselbe produzieren, auch die konkurrieren um Zuschauer und dementsprechend gestalten sie ihr Programm. Also ist gar kein großer Unterschied mehr im Vergleich zu den anderen zu sehen. Also ich glaube, Abschaffung ist wahrscheinlich, das wird das Beste sein. Und es bringt jedem Bürger in Deutschland knapp 20 Euro mehr im Monat. Ich denke, der elegante Königsweg, weil wir müssen ja überlegen, gibt es Mehrheiten dafür? Also dass wir da eher zum Abschaffen tendieren, klar. Aber was ist jetzt mit Otto Normalverbraucher, der Frührente, der immer seine Rosenheim-Cops oder was schaut? Dem kann man das ja schwer wegnehmen, beziehungsweise muss der auch für Parteien dann stimmen, die halt sagen... Gibt ja das Unterhaltungsprogramm von denen, da bin ich ja gar nicht drin. Ja, aber das ist auch sehr teuer, soweit ich weiß, wir Sport auch. Und ich meine, die AfD hat ja dieses Grundfunkprogramm, also ein Zurechtkürzen schon lange drin. Interessantes Konzept, ich glaube allerdings, die reine Freiwilligkeit wird es einfach lösen. Also wenn man mit einem Codierer, wie es ja heute technisch leicht möglich ist, halt sagt, wer es gucken will, soll es bezahlen. Und dann kann halt eben dann der 70-jährige SPD-Wähler weiterhin seinen Kram gucken für vielleicht 12 Euro im Monat oder so. Das kann ja dann reduziert werden, weil es muss ja auch zusammengeschrumpft werden. Dann hat man eine Akzeptanz in der Bevölkerung und dann können solche radikalen Rechtsextremen wie wir, die können dann halt einfach sagen, okay, wir zahlen es nicht. Wir zahlen nicht, weil wir nutzen es auch nicht. Das ist das, was mich mit am meisten stört, dass früher, früher war es ja danach, wie viele Rundfunkgeräte du zu Hause hast oder Empfangsgeräte, die das auch theoretisch. Und heute wird halt gesagt, okay, pauschal jede Wohnung. Und ich beschäftige mich zu 99 Prozent damit, nein, eigentlich zu 100 Prozent, um es zu kritisieren, um für die Abschaffung zu plädieren. Aber ich konsumiere es nicht als klassischer Nutzer von diesem Programm, bin aber trotzdem gezwungen, es zu bezahlen. Ich habe noch einen verwegenen Vorschlag. Ich muss ehrlich sein an dieser Stelle, da gibt es jemanden da draußen, der spendet jeden Monat die 18,36 Euro und ich kriege das von jemandem überwiesen, der das quasi stellvertretend für mich bezahlt. Also das gehört zur Transparenz dazu. Bei uns, wir haben jetzt einen hohen, nicht hohen, aber einen ordentlichen vierstelligen Betrag schon an Schulden, an die öffentlich-rechtlichen. Ah, okay. Wir zahlen das schon lange nicht mehr. Du privat jetzt oder? Wir zu Hause, ja, genau. Und da ist halt so, witzigerweise, wir wollten ja von der Krauzone, wollten sie auch Geld haben für unseren Briefkasten. Achso. Wir haben einen Firmensitz, legal, bevor jetzt hier jemand auf Ideen kommt, einen legalen Firmensitz an einer anderen Adresse. Und da hat sich dann tatsächlich die öffentlich-rechtlichen gemeldet und haben gesagt, ja, das ist der Meldesitz. Da müsst ihr auch 18 Euro Schießmichtur zahlen für einen Briefkasten. Wäre ja auch empfangsberechtigt, hypothetisch. Könnt ihr ein Radio da reinstellen. Nee, aber zu Hause, wir zahlen das schon länger nicht. Und bei meinem alten Wohnsitz war es so, da waren die richtig scharf. Also innerhalb von weniger Monaten kam halt einfach der Gerichtsvollzieher an die Tür klingeln und hat dann halt Druck gemacht. Und jetzt beim jetzigen Wohnsitz, die kommen dann überhaupt nicht mehr hinterher oder keine Ahnung, woran es liegt. Aber ihr kriegt noch Post hin. Ja, ja, wir kriegen immer dann diese Festsetzungsbescheid, aber mehr passiert halt nicht. Okay. Und ich habe in der Schufa nachgeschaut. Kein Eintrag. Nee? Nee. Aber auch spannend, auch da gibt es jemanden vom, das Projekt heißt Leuchtturm ARD, den guten Mann, der hat mir vor Ewigkeit mal seine Karte gegeben, wollte ich mal kontaktieren. Das ist, glaube ich, auch ein sehr spannendes Thema für so eine Folge, wie, welche Konzepte und welche Möglichkeiten gibt es da aktuell von Leuten, dieses System irgendwie zu umgehen. Weil da gibt es ja mittlerweile viele, ich glaube auch Julian Reichelt hat ja offen gesagt, dass er sich weigert und nicht zahlt. Und wenn die Zahl einfach nur groß genug wird von Leuten, dann bricht das System automatisch zusammen, weil da werden sie nicht hinterher kommen. Das berührt meine verwegende Idee, wie wir das schaffen. Ja. Wir zwingen die Rentner Funkformate zu gucken und die Funkformatschauer Rentnerformate zu gucken. Ja. So, für eine Woche tauschen wir das. Irgendwie müsste man das hinbekommen, ja. Und dann ist die Akzeptanz fällt in den Keller und dann war es das, ja. Ja, aber ich würde sagen, wir haben fast eine Stunde gequatscht. Ja, ungefähr, ja. Ja, und ihr liebe Leute, sowas kostet Zeit und Geld. Ja. Und keine 18,36 im Monat. Ja. Aber wenn ihr ein bisschen was spenden wollt, dann können wir die Formate weiter ausbauen. Auch wir haben einen Shop, keine Trumpschuhe für 100 Dollar, aber auch da gibt es Poloshirts und netten Merchandise irgendwie zu erwerben. Auch das unterstützt natürlich die Arbeit hier. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hier mutmaßlich übernächste Woche wieder, wenn es weitergeht. Ja, wenn der Herr wieder aus dem Urlaub zurück ist. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.